Ja, willkommen zurück im Müllberg. Wer wühlt denn nicht gerne Müll? So voll Müll ist zugemüllt, ne? Und dieser Billdog. Genau, die Stinkquellen erstmal weggeben. Okay, die haben wir hier. Ah, jetzt kann ich die Quellen hier wegmachen. Kann ich so Fleisch essen. Ist hier nichts weiter außer Müll? Ah, komm. Gut. Ja. Ja, ich werde die Stufe 3 Powerrüstung haben. Aber das kann es doch noch nicht gewesen sein. Definitiv nein. Was bringst mir, du? Wo ist Fleisch fliegen? Fleisch. Fleisch fliegen, Fleisch. Mit die Zunge. Da ist noch einer. Kaputte Aratz. Das wird wahrscheinlich ein Ging. Könnte sein. Ja, Free Science. Kann ich da rauf? Ja. Wo geht's hier hin? Auf die Mülltonne. Da liegt ein Becher. Bücher. Da ist Erdogan. Das ist eine Temperatur. Und das ist jetzt,clockwise. Die Plattform. hier hängt doch irgendwas bist du Rost ich kriege also Rost her Hammer Stufe 3 kannst du dich mal wegverschinken hier ist eine Stelle wo ich Rost und ein Zahn oh das ist jetzt ausgebeutet, ist ganz gut na komm Milchzähne nur für Rost, ist ehrlich ne der kickt mich jetzt nicht der kickt mich jetzt hier nicht muss mehr gehen ein paar stinkige Fliegen joke, grit okay die die hier lang hm 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 ja ach guck mal an das PC ich krach mich weg nein 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 du Heiland nicht abgeschmiert nicht abgeschmiert so einmal verarzten ähm kann ich mir so in den Kopf schmeißen und eh alles verrotten hab ich mir noch was zu essen bei hier Problem ist an dem jetzt sind das gut das gut ist ja ich Was haben wir denn hier? Nichts. Leer. Höhen. Oh. Okay. Gucken wir uns hier mal ganz drüber um. Eigentlich schmeiß ich aber was raus. Das ist ja nicht alles nicht das Problem. Oh, die Stinkquellen ausmerzen. Hey. Weck. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Was liegt denn da? Neues Farbschema entdeckt. Das hier ein Zeug liegt, ne? Na komm. Jetzt wird es sehr dunkel. Ich habe keine Fackel mit. Kann ich einfach irgendwie eine Fackel bauen? Was brauche ich für eine Fackel? Natürlich nichts bei. Lanzenfasern. Okay. Don't even need the boiler. Okay, wir sind hier. Uh, was ist jetzt am nächsten dran? Alles weit weg. Kann nirgends wo groß schlafen. Ja, wir haben einen Arsch voll Zähne. Ja, ja, ist gut. Ja. 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 Ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwas unten im Armeisenstollen. Dann können wir uns mal noch Zeug trocknen. Ich habe keine Abschutzsicherung mehr. Ich muss meine Abschutzsicherung besorgen. Ich habe meine Sachen nicht mehr achten. Ich kann das Schild nicht ablegen. Jo, das war gut. Das hat man noch nicht gesehen. Ja, aber ich weiß nicht, wie es bewaffnet ist. In der Nähe des Schuppens, ja. Sehr gut. Kann ich gerade nicht. Ich lasse erstmal noch eine Runde. Das ist doch eine verdammte Axt. Ja, dann gehe ich halt hier lang. Meine Herren. Ich stelle wahrscheinlich dem dicken Ding noch in der G. Äh, in die Arme. Kann nicht wahr sein. Ja, jo, ihr macht das schon. Ich muss einfach bloß in... Oh. Den Wegpunkt drauf zuhalten. Nichts mehr frei. Ich muss hier eigentlich so grob nach Hause kommen. Das ist die Baseball. Ich komme nicht in der Nähe. Ey, 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 ey. Wie kriege ich denn die Fackel? Ich bin zu Hause. Ich bin in mein Loch gefallen. Ja, ich habe viel Futter dabei, ne? Viel Essen. Können wir gleich mal trocknen. Garaus anderes Zeug machen. So. Okay, machen wir erst mal mal das. So. Äh. Zack. Einmal sortieren. Ähm. Dieser Kleber packen wir hier mit rein, wa? Dahin. Habe ich hier eigentlich auch nichts mehr auf der Tasche, ne? Jo. Äh. Papp, 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 papp. So dunkel. Und schlafen. Hm. Siehst du, wir haben ja noch viel Zeug gefunden. Können wir irgendwas upgraden? Leben oder Ausdauer oder irgendwie sowas. Gut. Äh. Gut. Das ist ein Lady. Okay. Wir haben noch Zeug. wir haben viel zurück hier mehr gibt es ja nicht drei stück auf jeden fall die mutation 4 noch einführen kann ich mir noch was leisten chip picknick sandkasten auch laternenverbesserung rugende basen teich vollen geschützt war das wirklich komm was soll der geiz vollen geschützt neue idee ruhig denn dafür das ist vollen geschützt mal angucken und leuchter ne vollen geschützt und da was steht das kochkunst explosive klettfalle ich kann das ding bauen ostierhaus ja genau nice and clean wer ist mir das gut wir wollten oh gut leder das puppenleder wer ein leder kann ich herstellen ach so puppenleder wo krieg ich puppenleder her saft brauchen wir milben milben bleibt brot die was herstellen na denn so termiten ich habe das gefühl hier ist holz ich glaube hier müssen wir hoch hier müssen wir hin hier finden wir termiten oder hier der Lorna Burgership der Lorna Burgership ok Butter nehmen wir mit ich glaube die heilen so getrocknet glaube ich heilt nicht so geil Snack heilt siehste können wir noch irgendwelche Smoothies machen Rezepte ok heilt maximal gesundheit mal bei ein Stück das ist gut ok ich würde sagen wir gehen los wir machen das jetzt mal Flux äh Flasche auffüllen muss ich noch rausfinden wie ich so ein Tier zähme ich habe das gefühl mit Läusehonig wo ist denn Läusehonig und wenn wir das hin kommt man das nicht auf Läusehonig Nektar oder Nektar wo ist denn Läusehonig wir werden es auch probieren kann ich das nicht fallen lassen zum Beispiel ähm Fun zu geierig da drauf und verlassen so so big wie kriege ich euch das geht irgendwie ich weiß noch nicht wie ich möchte das nicht einlagern ich möchte nehmen wir einfach mit wir haben genug Zeug bei wir haben das wir haben das wir haben das müssen wir gleich mal gucken ähm Schild haben wir das haben wir das haben wir das haben wir das können wir noch zum Trocknen aufhängen so gut einmal trinken ja doch kreize ich dazu ein jetzt jetzt er zwickt mich dazu genau das zu machen so auf geht's wir gucken ob wir Termiten kriegen ja Moment eine Sekunde haben wir das in der Ausrüstung haben wir nicht irgendwo Lappen gehabt nicht Lattern hier eine nehmen wir mit eine nehmen wir mit jetzt geht's auf äh dahin hier krieg ich auch wohl mal die Dinger Käfer her komm her komm her komm her komm her komm her die spinnie hab ich aber gerade so nicht interessiert Ja, perfekt. Ich bin der Meinung, Termiten müssten da beim Holz sein. Die Nervensäge ist wieder am Start. Komm her, komm. Kommen Sie her, kommen Sie her, komm. Ah, ich sehe gerade hier so ein Pflanzending. Oh Gott. Dann ist nichts übergeblieben. Menno. Nicht nett. Ich brauche doch noch eine Absturzsicherung. Abschuttsicherung. Der Hängengebliebene wieder. Aber diese komischen Larven. Ich weiß nicht, ich bringe ein bisschen doll. Ähm. Wo sind sie denn? Die, die, die. Die Stufe 3 Dinger. Ja, die. Frisch. Oh, die kann ich mit dem Hammer einschlagen. Das ist schön. Aber zwei Elementwappen. Die, die mir eventuell vielleicht ein bisschen Vorteil bringen. Ne, ich habe andere Missionen. Wir sehen uns später. Da sind wir hier. Und wir müssen nach hier rüber. Da müssen wir zum Holz kommen. Das ist von meiner Schlussfolgerung raus, weil Termiten mögen Holz. Hier ist ein Zahn. Hier ist ein Zahn irgendwo. Jetzt bin ich oben am Grill. Okay. Wahrscheinlich komme ich noch irgendwie in den Grill rein. Wird Holzkohle sein hier. Kommt auf hier hin. Hier komme ich. Aha. Don't burn your feet, Pete. Burning up. Uh. Okay. Hier auf jeden Fall eine Waffe. Eine Entdeckerkunst, ne? Ich liebe sowas. Hä? Geh da rauf. Nicht hier drunten. Musst du nochmal rein. Wenn ich schnell genug bin. Mist. Ich bin aufgepusht, ne? Und richtig schnell. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Und das. Nein, nein, nein. Gut. Ich hab die Katana. Ich kann aber respawnen. Ich bin hier in der Nähe. Ich glaube, ich bespöre hier immer mehr die Hölle. Ähm. Ich bin da, ja. Katana. Was passiert mit dem Katana? Ich habe es. Ausgezogen. Kann ich jetzt eigentlich ein Geheimnis meistern? Ich habe es. Scheiße. Die Heiland. Wie kriege ich das Katana hier am sinnvollsten raus? Ja, ne, so nicht. Ich lass das Katana Katana sein. Okay, das ist eine Herausforderung. Ich muss da besser ausgerüstet sein, dann kann ich mir das Katana holen. Ich muss meine Ausrüstung holen. Und dann wie gefolgt Stufe 3 Zeug sammeln. Denk ich mir, wird das alles nicht so das Problem sein. So. Sollten wir aber hinbekommen. Aber nicht jetzt. Ich muss Termiten verprügeln. Da hab ich das Zeug. Wenn wir schon mal hier sind. Das Zeug doch gleich mit. So geil. Cha-cha, it's burning. So, Mission weiterverfolgen. Ja, Keule sind die Viecher auch kein Problem. Ich brauch nur mehr Ausdauer irgendwie. Wenn wir die Stachelkeule noch machen. Das ist Garabeos Käfer. Wiss ich nicht. Mann. Oh Gott. Ich hab mich gerade erschöpfen. Weg. Ja, komm. Okay, Leute. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis denn. Ciao. Ciao.